Florian Silbereisen, Kuschelalarm. Wen mag Backstage nicht mehr loslassen? Florian Silbereisen, 41, hat eine neue Begleitung. Während der Proben für seine Show das Adventsfest der 100.000 Lichter, die am 2. Dezember 2022 um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird, ließ ihn ein zauberhaftes Fellbündel nicht mehr aus den Augen. Ich bin Glenn. Ich erlebe in diesem Jahr zum ersten Mal Weihnachten, weil ich erst im Mai auf die Welt gekommen bin. Die haben mir gesagt, dass heute Abend viele Millionen Menschen gemeinsam mit uns Advent feiern. Weil mein Flori, den alle hier Herr Silbereisen nennen, da draußen ein ganz großer Star ist. Präsentiert sich der zauberhafte Hund bei Bild. Der pfiffige Vierbeiner und der Entertainer scheinen zu einem starken Duo zusammengewachsen zu sein. Aber eine Wohngemeinschaft bilden sie, noch, nicht. Der Parson Rassel Terrier lebt bei Silbereisens TV-Produzenten Michael Jürgens. Doch wer weiß, wie lange noch. Sein größter Fan Florian hat ihm bereits eine Hundehütte geschenkt. Vielleicht zieht die ja irgendwann samt Bewohner vor die Haustür des TV-Stars um. Weihnachten nähert sich mit schnellen Schritten und auch Florian Silbereisen, 41, hat sich schon längst die Frage gestellt, mit wem er in diesem Jahr das Fest der Liebe verbringen möchte. Dabei scheint der Entertainer seit Bekanntgabe seiner Trennung von Helene Fischer. 38, im Dezember 2018 eine neue Tradition begonnen zu haben, wie bereits im vergangenen Jahr wird er die Feiertage mit Schlagerstar Gerhard Friedle alias DJ Ötzi, 51, verbringen. Schon 2021 verriet Silbereisen in seiner Show Zauberhafte Weihnacht im Land der stillen Nacht sein neues Ritual in bester Gesellschaft. In diesem Jahr will er angeblich bereits am 23. Dezember bei seinem Freund in Salzburg anreisen. Wie der nun jüngst anlässlich der Aufzeichnung zur TV-Show Zauberhafte Weihnacht ausplauderte. Geschichten auszutauschen und Erinnerungen wachhalten, das hält uns als Menschen aufrecht. Und genau das ist der Sinn von Weihnachten, beschrieb DJ Ötzi in jenem Rahmen seine Idealvorstellung vom Fest. Mit seinem Kumpel Florian dürfte dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Am 26. November 2022 wurde Stefan Mross 47 Jahre alt, in Feierlaune dürfte der Schlagerstar allerdings nicht gewesen sein, erst am 11. November gaben er und seine Ehefrau Anna Carina. Anna Carina, 30, nach wochenlangen Krisengerüchten ihre Trennung bekannt. Betonten jedoch, dass sie auch in Zukunft noch gemeinsam auf der Bühne stehen werden. Also Freundschaft statt Rosenkrieg? An Stefan Mross Geburtstag war davon allerdings nichts zu sehen. Anna Carina Wollschak blieb auf ihrem offiziellen Instagram-Account stumm und gratulierte ihren Ex nicht öffentlich zu seinem Ehrentag. Und auch der immer wieder Sonntags-Moderator teilte keine Eindrücke von seinem besonderen Tag im Netz. Scheint, als wolle sich das Extraumpaar mit privaten Einblicken aktuell eher zurückhalten. Welche spannenden Neuigkeiten es bei anderen Schlagerstars gibt, lesen Sie in unseren weiteren Schlager-News. Verwendete Quellen, Instagram.com, Bilde.